So, wir beschäftigen uns weiterhin mit kontextfreien Grammatiken und haben noch ein ganz wichtiges Problem vor uns, für das wir bisher keine Dinge besprochen haben. Und zwar ist das natürlich das Wortproblem kontextfreier Grammatik. Wir wissen bisher nicht, wie man überhaupt mit einem Algorithmus herausfinden könnte, ob ein bestimmtes Wort durch eine bestimmte kontextfreie Grammatik erkannt wird. Und da wollen wir natürlich hin. Das ist offensichtlich das Grundlegendste, was man mit Grammatiken tun kann. Das geht aber nicht in einem einzigen Video, sondern wird mich zwei Videos zumindest kosten. Denn bevor wir das Wortproblem praktisch lösen können, müssen wir uns zunächst einmal mit der Normalisierung kontextfreier Grammatiken beschäftigen. Und was das genau ist, werde ich Ihnen gleich genauer erklären. Es wird auf jeden Fall unser Leben deutlich einfacher machen, wenn es darum geht, Algorithmen zu finden. Mein Name ist Markus Krütsch und dies sind die Vorlesungen zum Thema formale Sprachen und Automaten an der TU Dresden. Warum wollen wir uns mit Normalisierung von Grammatiken beschäftigen? Na ja, Normalisierung heißt in der Regel Darstellung in einer normalisierten, also in gewisser Weise standardisierten Form. Das heißt, wir wollen von einer gegebenen Grammatik zunächst einmal zu einer Grammatik hinfinden, die eine bestimmte Form, einen bestimmten Aufbau hat. Und das wird es dann leichter machen, Algorithmen zu definieren. Denn die Algorithmen müssen dann nicht mehr für beliebige kontextfreie Grammatiken funktionieren, sondern es genügt, wenn sie für Grammatiken in dieser besonderen Form noch funktionieren. Und der Grund, warum dieses Thema plötzlich eine Rolle spielt, obwohl es doch bei regulären Grammatiken noch überhaupt nicht aufgetaucht ist, ist natürlich einfach, dass kontextfreie Grammatiken im Vergleich zu regulären Grammatiken viel mehr Freiheiten zulassen bei der Formulierung. Reguläre Grammatiken konnten ja eigentlich nur ganz wenig überhaupt aussagen, konnten nur ganz wenige Formen darstellen. Und deshalb gibt es dort auch nicht viel zu normalisieren. Die sind, wenn Sie so wollen, schon in einer ganz einfachen Normalform, wo es bloß drei Typen von Produktionsregeln geben darf. Bei kontextfreien Grammatiken ist das nicht so. Da können Regeln sehr unterschiedlich aussehen, denn wir fordern ja doch relativ wenig syntaktisch für so eine kontextfreie Grammatik. Und deshalb ist es sinnvoll, das ein bisschen zu vereinheitlichen, bevor man versucht, mit solchen Grammatiken zu arbeiten. Wir haben auch schon ein Beispiel gesehen für eine Umformung, die man auf solchen Grammatiken machen kann. Nämlich gleich in der zweiten Vorlesung haben wir gezeigt, dass man Epsilon-Regeln, also Regeln, die das leere Wort ableitet, in kontextfreien Grammatiken weitestgehend eliminieren kann. Weil, wenn die Grammatik überhaupt Epsilon erzeugen soll als Wort, muss man natürlich mindestens eine Epsilon-Regel zulassen, nämlich die, die das Startsymbol in Epsilon überführt. Das heißt, da hatten wir schon mal so eine Umformung einer Grammatik hin zu einer Grammatik, die einfacher war in gewisser Weise. Für kontextfreie Grammatiken gibt es jetzt mehrere sogenannte Normalformen, bei denen man bestimmte Vereinfachungen durchführt. Wir wollen eine davon zumindest näher kennenlernen, die Chomsky-Normalform nämlich. Hier habe ich noch eine kleine Wiederholung für Sie, falls Sie sich nicht mehr daran erinnern, wie das mit Epsilon-Regeln ging. Das war der Algorithmus, den wir da angegeben hatten. Sie sehen die verschiedenen Schritte, die Sie hoffentlich noch im Wesentlichen erinnern. Die Grundidee war einfach, dass man die Symbole findet, die man direkt oder indirekt durch Epsilon ersetzen kann. Das ließ sich mit einem einfachen Verfahren ermitteln. Und wenn man einmal weiß, welche Symbole im Prinzip durch das leere Wort ersetzt werden können, dann schreibt man die Grammatik um, indem man in allen Regeln, in denen so ein Symbol vorkommt, dieses Symbol löscht. Und eine neue Regel also erzeugt, in der man simuliert, dass das Symbol durch Epsilon ersetzt wird. Und das macht man rekursiv so lange oder iterativ so lange, bis es keine Veränderungen mehr gibt. Und am Ende überlegt man noch, ob man für das Startsymbol eine Epsilon benötigt oder nicht. Je nachdem, ob das Epsilon in der Sprache liegen darf oder soll oder eben nicht. Okay, das war dieser Epsilon-Eliminierungsalgorithmus. Für die Normalisierung, die wir jetzt vorhaben, möchten wir noch weitere Vereinfachungen durchführen, indem wir bestimmte Arten von Regeln ganz entfernen oder in andere umschreiben. Und die erste Regelart, die wir gerne entfernen möchten, sind sogenannte Kettenregeln. Die Kettenregel ist etwas, was Sie hier sehen, bei dem man ein Symbol A durch ein anderes Symbol B ersetzt. Also ich sollte sagen, ein Nicht-Terminal-Symbol durch ein anderes Nicht-Terminal-Symbol. Und man sieht schon recht schnell, dass das nicht besonders viel bringt. Und dass man hier an der Stelle ja eigentlich nichts entwickelt, sondern nur ein Symbol ersetzt. Das kann man vielleicht auch abkürzen. Warum hat man das A überhaupt in erster Instanz eingeführt, wenn man es letztlich nur durch B ersetzt? Und genau so wird auch die Idee der Eliminierung sein. Genau wie wir beim Epsilon eliminieren, die Möglichkeit, dass da ein Epsilon eingesetzt wird, schon vorwegnehmen. Indem wir die Regeln umschreiben, können wir auch hier durch geschicktes Umschreiben der Regeln die Möglichkeit, dass am Ende ein B steht, schon vorwegnehmen in gewisser Weise. Okay, wir wollen also solche Regeln eliminieren. Und gut, das geht natürlich, das sagt dieser Satz nochmal. Für jede kontextfreie Grammatik G gibt es eine äquivalente kontextfreie Grammatik G' ohne Kettenregeln. Das heißt, eine kontextfreie Grammatik G' für die gilt, dass die Sprache von G genau der von G' entspricht, aber sie eben keine Kettenregeln mehr enthält. Und das ist also das Ergebnis, das wir uns am Ende wünschen. Und um dieses Ergebnis zu erlangen, wollen wir natürlich einen Algorithmus angeben. Also die Tatsache, dass es so etwas gibt allein, wäre noch nicht so sehr praktisch nützlich, sondern wir wollen natürlich auch ein konkretes Verfahren finden, mit dem man diese gesuchte Grammatik G' erhält. Und dieses Verfahren liefert uns dann auch gleich den Beweis für diese Behauptung. Das habe ich hier aufgeschrieben. Beweis. Wir betrachten eine Grammatik. Wir erinnern uns, die hat Nicht-Terminalsymbole, Terminalsymbole, Produktionsregeln und ein Startsymbol. Und wir nehmen ohne Beschränkung der Allgemeinheit an, dass die Epsilon frei ist. Wir haben ja gerade gesehen und uns erinnert, dass man das jederzeit herstellen kann. G' ist jetzt also die Grammatik, von der wir behaupten, dass sie irgendwie existiert, wird jetzt konkret bestimmt, indem wir sagen, sie besteht aus den gleichen Bestimmungsstücken, außer beim Punkt der Produktionsregeln. Da verändern wir etwas. Da wird die Menge P durch die Menge P' ersetzt. Und diese Menge P' wird wie folgt definiert. Zunächst einmal ermitteln wir für jedes Nicht-Terminalsymbol A rekursiv die Menge oder iterativ die Menge E von A, wie ich sie hier nenne. Das ist die Menge aller Nicht-Terminalsymbole B, die man von A aus über Kettenregeln erreichen kann. Ja, A selbst ist natürlich in dieser Menge drin. Das ist immer der Start. Also wenn ich gar keine Kettenregel anwende, bin ich ja schon bei A. Und jetzt füge ich dieser Menge weitere Ketten, weitere Variablen hinzu, indem ich alle Kettenregeln in P immer wieder anwende, solange bis ich nichts mehr hinzufügen kann. Also falls ich irgendein B in E von A finde, das kann am Anfang auch gleich das A sein, mit dem ich begonnen habe, und es gibt außerdem eine Regel, die B durch B' irgendein anderes Nicht-Terminalsymbol ersetzt, dann würde ich auch das B' in die Menge E von A aufnehmen. Okay, und das mache ich so lange, bis keine Änderung mehr auftretet. Dann habe ich alles, was von A aus erreichbar ist. Ein ganz einfacher Erreichbarkeitsalgorithmus im Prinzip für den Graphen, den man erhält, wenn man nur Kettenregeln als Verbindungen zwischen Variablen nimmt und die anderen Regeln ignoriert. Okay, und wenn wir das einmal bestimmt haben, dieses E von A für alle Variablen, und dann können wir direkt die Produktionsregeln P' angeben, die einfach für jede Variable A aus den folgenden Regeln bestehen, die die Form haben, A wird ersetzt durch W, wobei es irgendein B gibt in P, was durch W ersetzt werden kann, also es gibt eine solche Regel, wobei W selbst keine Variable ist und B erreichbar ist von A aus. Also das ergibt hoffentlich Sinn, wenn man von A aus B erreichen kann und es eine Regel gibt, die B durch W ersetzt, dann könnte man auch gleich A durch W ersetzen, wenn man das vorhätte. Dann kann man sich die Kettenregeln sparen, die man benötigen würde, um von A nach B zu gehen, wenn man am Ende ohnehin dieses hier macht. Das heißt, man zieht die Anwendung der Kettenregeln vor, integriert sie in die Regeln, und dieser Ausdruck enthält selbst natürlich keine Kettenregeln mehr, weil wir hier verlangen, dass W selbst keine Variable ist, werden Kettenregeln aus P nicht übernommen. Es gibt keine neuen Kettenregeln in diesem P'. Okay, das ist schon die ganze Eliminierung, und es ist recht leicht zu sehen, dass das funktioniert. Deshalb schreibe ich hier einfach nur QED. Okay, also der Beweis endet damit. Okay, gut, so machen wir das also, und wir können uns jetzt mal im Beispiel anschauen, wie das funktioniert. Hier habe ich eine Grammatik mit Kettenregeln. Wo sind die Kettenregeln? Naja, hier am Anfang, S geht nach A, S geht nach M, S geht nach V, sind drei Kettenregeln, die ich hier nur verkürzt aufgeschrieben habe. Die anderen sind keine Kettenregeln, denn dort kommt sowas nicht vor. Das heißt, zunächst mal müssen wir die Mengen der erreichbaren Variablen bilden. Also das wird dann letztlich die Grammatik sein, so wie wir sie eben definiert haben, aus den entsprechenden umgeschriebenen Regeln. Und jetzt müssen wir zunächst die erreichbaren Variablen bilden. Da sehen wir, von S aus kann man A, M und V und natürlich S selbst erreichen. Das kann man auch ohne den iterativen Algorithmus von der letzten Folie ziemlich leicht erkennen. Während von den anderen Variablen aus man nur die Variable selbst mit Kettenregeln erreichen kann, denn es gibt hier keine weiteren Kettenregeln. Das Einzige, was hier an Kettenregeln vorkommt, ist ja S. Und damit komme ich von A, M und V nicht weiter. Okay, das sind also diese Mengen. Und jetzt kann ich, pardon, den Titel kennen Sie schon. Jetzt kann ich diese Mengen der erreichbaren Variablen benutzen, um die abgeleiteten Regeln hier zu bilden. Und dazu schaue ich mir also alle Regeln der Grammatik an, die keine Kettenregeln sind. Und suche nach geeigneten Variablen A, in deren Erreichbarkeitsmenge die linke Seite dieser Regeln vorkommt und schreibe dann eine entsprechende zusätzliche Regel auf. Was dabei immer passieren wird, ist, dass ich alle ursprünglichen Nicht-Kettenregeln kopiere, denn jede Variable ist in ihrer eigenen Erreichbarkeitsmenge. Das heißt, die Nicht-Kettenregeln selbst kommen hier auf jeden Fall wieder vor. Und zusätzlich werde ich noch einige weitere Regeln erhalten, eben in einem Fall, in dem ich interessante Erreichbarkeiten habe. Das kann man hier relativ leicht machen. Das heißt, im Wesentlichen, was hier passiert ist, dass ich neue Regeln erhalte für S, weil S ist die einzige Menge, in der hier etwas Interessantes passiert. Und diese Mengen bestehen darin, und dass ich direkt die entsprechenden Regeln für V, M und A umschreibe, indem ich die linke Seite durch S ersetze. Das kann ich alles in einer Zeile aufschreiben, durch diese verkürzte Schreibform. Und die anderen Regeln bleiben, wie gesagt, erhalten. Und damit sind wir fertig. Okay. Gut, somit haben wir die Kettenregeln eliminiert. Und das ist praktisch und sinnvoll, wenn man weiterarbeiten will mit der Grammatik, wie wir dann sehen werden. Okay. Das ist nicht die einzige Art, wie man Kettenregeln eliminieren kann. Deshalb möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass es noch eine andere gibt. Das ist vor allem zu Ihrer Information. Wenn Sie ein Lehrbuch aufschlagen, vielleicht auch einige der populären Lehrbücher aufschlagen, sehen Sie vielleicht einen anderen Algorithmus für diese Eliminierung und wundern sich, was ist da los. Erzählt hier jemand Unsinn und funktioniert der eine Algorithmus nicht richtig oder habe ich den falsch verstanden? Aber es ist in Wahrheit so, dass man natürlich mehrere Wege finden kann, um dieses einfache Problem zu lösen. Und eine Möglichkeit, die es auch gibt, ist, man kann zunächst alle zyklischen Kettenregeln entfernen. Das heißt also eine Kettenregel, die im Prinzip im Kreis geht, wo ich B1 durch etwas ersetze, was dann wieder durch B2 ersetze, B2 durch B3 und so weiter und letztlich wieder B1 rauskommt, dann kann man diese Zyklen versuchen zu eliminieren, indem man einfach alles, was in diesem Zyklus auftaucht, durch B1 ersetzt im Prinzip. Also da alle diese Variablen ineinander überführt werden können, können wir auch gleich die gleiche Variable überall verwenden. Und dann kann man, wenn man das getan hat, diese Entfernung, kann man im Prinzip das Gleiche tun, was wir zuvor getan haben. Man ersetzt die übrig gebliebenen oder man führt für jede übrig gebliebene Regel eine neue Regel ein, die die Kettenregel rückwärts anwendet. Und der Grund, warum vielleicht dieser Algorithmus manchmal angegeben wird, einigen mehr zusagt als der andere, ist, dass man hier nicht diese Erreichbarkeit ausrechnen muss. Man muss aber natürlich die Zyklen finden, was letztlich im Aufwand her den gleichen Aufwand bedeutet. Aber man kann die Kettenregeln im Prinzip hier direkt eliminieren, indem man direkt diesen letzten Schritt der Umformung der Regeln dadurch durchführt, dass man die Nicht-Kettenregeln rückwärts entlang der Kettenregeln umschreibt. Von der letzten Kettenregel aus anfangend, die in diesem Pfad vorkommt. Da es keine Zyklen mehr gibt, kann man immer klar sagen, was die letzte ist. Also kann man auch machen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Wenn Sie es irgendwo sehen, seien Sie nicht verwirrt. Funktioniert ebenso. Aber mir gefällt die andere Variante etwas besser. Damit haben wir jetzt schon zwei Vereinfachungen gemacht. Epsilon vereinfacht und Kettenregeln eliminiert. Und wir können jetzt zu der eigentlich wichtigen Normalform kommen, die wir hier ermitteln wollen. Und das ist die sogenannte Chomsky-Normalform. Chomsky, den kennen Sie schon, Noam Chomsky. Das ist der mit der Hierarchie. Und er hat also auch seinen Namen für diese Normalform bereitgestellt. Inwieweit er die erfunden hat, kann ich nicht sagen. Ich denke, schon vor Chomsky war das zum Teil eine gebräuchliche Form. Die Chomsky-Normalform ist wie folgt definiert. Eine kontextfreie Grammatik mit den üblichen Bestimmungsstücken ist in Chomsky-Normalform abgekürzt CNF. Wenn alle ihre Produktionsregeln eine der beiden folgenden Formen haben. Erste Form, eine Variable wird durch zwei Variablen ersetzt. Zweite Form, eine Variable wird durch ein Terminalsymbol ersetzt. Okay, das ist also sehr einfach. Mehr ist nicht erlaubt. Aber es wird sich herausstellen, dass man mit diesen beiden Formen im Prinzip schon alles machen kann. Alles? Oder fehlt da was? Schauen Sie mal genau hin. Genau. Mit Chomsky-Normalformen kann man natürlich nichts tun, was irgendwie mit Epsilon zu tun hat. Hier gibt es keine Regel, die es erlaubt, ein Epsilon einzuführen. Das heißt, die Chomsky-Normalform in dieser einfachen Form erlaubt es nicht, das leere Wort zu generieren. Das können Sie mit diesen Regeln nie erreichen. Das heißt, diese Chomsky-Normalform ist eigentlich ein bisschen einfacher, als man es benötigen würde, wenn man alle kontextfreien Grammatiken darstellen wollte. Denn es gibt ja kontextfreie Grammatiken, die Epsilon als Wort mit beinhalten. Und das geht mit Chomsky-Normalform offenbar nicht. Das wird aber kein Problem für uns sein, dass das Epsilon in der Sprache dieser Grammatik niemals vorkommt, denn das ist letztlich nur ein einziges Wort, was wir dadurch verlieren. Und die Transformation, die wir vorher schon durchgeführt haben bei Epsilon-freien, kontextfreien Grammatiken, hat schon sichergestellt, dass es überhaupt nur eine Regel in der Grammatik geben kann, die mit diesem Wort zu tun hat, die direkt das Startsymbol auf Epsilon abbildet. Und dieser eine Sonderfall lässt sich immer und in allen Algorithmen leicht berücksichtigen. Das heißt, man kann auch zulassen, dass die Chomsky-Normalform noch diese eine Regel enthält. Man nimmt sie dann raus, benutzt sie nicht im Algorithmus und berücksichtigt die Tatsache, dass das leere Wort abgeleitet werden konnte, gesondert. Das lässt sich immer einfach bewerkstelligen. Deshalb ist das kein echter Verlust. Ich verzichte darauf, das extra noch zu erweitern und jedes Mal wieder zu sagen, dass man diese eine Regel ausklammern muss. Okay, also für uns die Chomsky-Normalform nur mit zwei Typen von Regeln weniger Aufwand. Okay, da ist also die CNF. Und ich habe schon behauptet, dass alles sich so darstellen lässt. Und natürlich müssen wir noch zeigen, dass das geht und auch natürlich konkret, wie das geht. Denn wir wollen es letztlich auch algorithmisch machen. Wir werden das brauchen, um das Wortproblem zu lösen. Und Sie werden diese Umformung auch selbst machen müssen, um Grammatiken zu erhalten, mit denen man gut das Wortproblem lösen kann. Okay. Die Umformung kommt wieder mit einem Korrektheitsresultat. Also das kennen Sie schon. Wir bündeln die Algorithmen immer mit irgendeiner Behauptung darüber, was die Algorithmen eigentlich leisten. Ansonsten wäre es ein bisschen langweilig. Nur Algorithmen, ohne dass man eigentlich etwas von ihnen will, müsste man nicht besprechen. Also Satz. Für jede kontextfreie Grammatik G, die nicht das Epsilon in ihrer Sprache enthält, gibt es eine äquivalente kontextfreie Grammatik CNF von G in Chomsky-Normalform. Also so werde ich das schreiben. CNF von G ist meine Bezeichnung für diese Chomsky-Normalform. Wenn wir ehrlich sind, könnte es verschiedene Chomsky-Normalformen geben, denn man kann bestimmte Freiheiten bei der Benennung der Variablen insbesondere hat man, ohne dass es die Sprache ändert. Das ist klar. Wenn Sie Variablen umbenennen in einer Grammatik, dann ändert das nichts an den Wörtern, die Sie über den Terminalsymbolen generieren können. Das heißt, es gibt natürlich immer viele verschiedene Grammatiken bei Umbenennungen, wie bei den Automaten, wo man auch die Zustände umbenennen konnte, ohne dass das etwas an der Sprache verändert. Trotzdem bezeichne ich einfach mal mit CNF G eine beliebige dieser Chomsky-Normalformen, die es geben soll. Und die Behauptung ist natürlich, dass diese Normalform die gleiche Sprache erzeugt wie die ursprüngliche Grammatik. Deshalb ist es die Normalform dieser Grammatik und nicht einfach nur irgendeine Normalform. Okay. Also Behauptung, man kann in Chomsky-Normalformen umwandeln. Oder es gibt sie zumindest und ich zeige Ihnen, wie man es konkret algorithmisch erzeugen kann. Wie könnte man das machen? Naja, wir beginnen hier ja mit einer beliebigen kontextfreien Grammatik, die das Epsilon nicht enthält. Aber wir wissen natürlich schon aus den vorigen Umformungen, dass wir einige Dinge da vereinfachen können. Wir können Epsilon-Regeln entfernen. Wenn das Epsilon nicht in der Sprache liegt, wird am Ende auch bei dieser Entfernung gar kein Epsilon mehr übrig bleiben in den Produktionsregeln. Und wir wissen, wie man die Kettenregeln los wird. Was könnte jetzt noch passieren? Naja, nachdem wir das beides eliminiert haben, haben Sie noch zwei, haben Sie noch allgemeine Regeln, bei denen eine Variable durch ein längeres Wort ersetzt wird. Das längere Wort kann eine Mischung enthalten aus Variablen und aus Terminalsymbolen. Ist also nicht in Chomsky-Normalform. Chomsky-Normalform erlaubt nur immer genau zwei Variablen oder ein Terminalsymbol auf der rechten Seite. Wie können wir es also jetzt schaffen, dass man längere Wörter, in denen eine Mischung aus Terminalsymbolen und Nicht-Terminalsymbolen vorkommt, in diese einfache Form zerlegt? Und das machen wir in zwei Schritten. Der erste Schritt wird darin bestehen, dass wir die Terminalsymbole aus solchen langen Ausdrücken herausziehen. Und der zweite Schritt wird darin bestehen, dass wir die langen Ausdrücke dann in kleine Teile zerlegen, sodass man immer nur noch zwei Variablen auf jeder rechten Seite findet. Dafür einfach ein paar zusätzliche Regeln hinzunehmen. Also es wird beides relativ einfach sein. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Okay, also bereits gezeigt, Epsilon-Eliminierung und Kettenregel-Eliminierung noch zu erledigen. Zusätzliche Regeln der Form A geht nach C werden eingeführt, sodass keine Regeln, die ein längeres Wort auf der rechten Seite haben, noch Terminalsymbole direkt verwenden. Stattdessen würden wir immer das A verwenden, wenn wir das C brauchen. Das ist die einfache Idee. Und dann die Zerlegung langer Ketten von Variablen in Ketten der Länge 2. Und beides ist nicht schwer und lässt sich wahrscheinlich schon ganz gut sehen, wie man das macht. Okay, erster Schritt. Wir wollen die Terminalsymbole aus den rechten Seiten entfernen, indem wir neue Regeln der Form Variable wird ersetzt durch Terminalsymbole. verwenden. Dafür führen wir neue Variablen ein. Für jedes Symbol A in Sigma gibt es eine Variable VA. Und eine neue Regel VA geht nach A. Also wir fügen einfach eine Variable ein, die nichts weiter darstellt als das A als Variable. Okay, und jetzt können wir in jeder Regel die Einwort der Länge größer 1 erzeugt, einfach jedes Terminalsymbole durch die passende Variable VA ersetzt. Und das ändert offenbar nichts an dem Inhalt der Grammatik und führt aber dazu, dass wir nicht mehr diese Mischung aus Terminalen und Nicht-Terminalen haben. Jetzt muss man vielleicht noch kurz überlegen, ob bei diesem Algorithmus alle Fälle abgedeckt sind. Das ist hier in den Anmerkungen sichergestellt. Also zum einen gibt es kein Wort der Länge 0. Das wäre ja das leere Wort Epsilon auf der rechten Seite. Das heißt, diesen Fall müssen wir hier auch nicht berücksichtigen. Die Epsilon-Regeln wurden bereits eliminiert. Und es kann auch nicht sein, dass eine Regel, der mit einem Wort der Länge 1 auf der rechten Seite auftaucht, wenn sie nicht schon in der Form ist, die wir hier zulassen wollen, bei der das ein Terminalsymbole ist. Ansonsten wäre es nämlich eine Kettenregel und die haben wir auch schon eliminiert. Okay, also das ist ausreichend, wenn man sich hier auf die Regeln mit Länge größer 1 bezieht bei der Umform. Okay, das war der erste Schritt. Terminalsymbole von den Nicht-Terminalen trennen. Zweiter Schritt, die noch übrig gebliebenen rechten Seiten, bei denen wir viele Nicht-Terminalsymbole haben, mit n größer 2, so zu zerlegen, dass wir nur noch Regeln haben, bei denen genau zwei Variablen auf der rechten Seite stehen. Und das kann man leicht dadurch erreichen, dass man eine solche lange Umformung oder ein solches langes Wort in vielen kleinen Einzelschritten erzeugt und in jedem Schritt ein weiteres Symbol hinzufügt. Dazu brauchen wir auch wieder einige Hilfsvariablen, die ich jetzt hier mal c1 bis cn-2 nenne. Ja, also für eine Regel, die n Variablen auf ihrer rechten Seite hat, werden wir n-2 neue Variablen brauchen. Und wir generieren dann einfach aus der ursprünglichen Regel die neuen Regeln, die Sie hier sehen. a wird ersetzt durch b1 gefolgt von c1, c1 wird ersetzt durch b2 gefolgt von c2, c2 wird ersetzt durch b3 gefolgt von c3 und so weiter, bis wir irgendwann am Ende ankommen und cn-2 ersetzen durch. Und das machen wir dann in einem Schritt bn-1 und bn. Da kommt dann kein c mehr vor, deshalb brauchen wir weniger c als b. Okay, und auf die Art haben wir also über diese vielen Zwischenschritte mit den c, die man aber auch in keiner Weise anders ersetzen kann, als durch die eine Regel, die für jedes c hier eingeführt worden ist, es sichergestellt, dass das a letztlich durch diese ganze Kette von b i ersetzt wird, aber eben nicht in einem Schritt, sondern in mehreren und dadurch kann die Chomsky-Normalform sichergestellt werden. Das war's. Damit haben wir jetzt den ganzen Algorithmus gesehen, die Korrektheit dieser Schritte lässt sich ziemlich leicht zeigen. Man muss nur sehen, dass die umgeformte Grammatik immer noch das gleiche tut wie die ursprüngliche. Ich habe das gerade schon argumentiert. Also die eine Anwendung der Regel, die wir hier umgeschrieben haben mit den vielen Ns, wird dann einfach zu einer Liste oder einer Reihe von Anwendungen von Regeln, die am Ende das gleiche Ergebnis erzeugen. Bei Schritt 3 ist es sogar noch einfacher. Ja, da hatten sie einfach nur ein neues Symbol für die Nicht-Terminale eingeführt. Also es ist hoffentlich offensichtlich, dass die Grammatik sich dabei nicht verändert, aber sie hat die richtige Form. Okay, und das würde uns dann weiterhelfen. Alle Algorithmen, mit denen wir dann zu tun haben, oder naja, eigentlich vor allem ein Algorithmus, mit dem wir als nächstes zu tun haben, wird dadurch viel, viel einfacher und klarer dargestellt werden können, als wenn wir uns mit dieser allgemeinen Form von kontextfreien Grammatiken herumschlagen müssten. Gut, ich möchte Ihnen noch ein kurzes Beispiel zeigen für diese Berechnung. Und dafür schauen wir mal wieder diese Grammatik hier an. oder eine solche, das ist ähnlich zu dem, was Sie schon gesehen haben. Die hat keine Kettenregeln mehr, hat auch keinen Epsilon mehr. Das heißt, das wurde schon eliminiert. Und wir müssen jetzt noch die anderen Schritte durchführen, um eine Chomsky-Normalform zu erhalten. Offenbar ist das hier keine Chomsky-Normalform, denn hier kommen noch komplizierte Wörter auf der rechten Seite vor. Erster Schritt, wir führen neue Variablen ein für alle Terminalsymbole. Wenn ich das ganz kanonisch mache, dann habe ich jetzt neue Variablen, wie Sie sie hier in der unteren Zeile sehen, für jedes Terminalsymbole. Das liest sich etwas schlecht, weil die Terminalsymbole hier Klammern und Sonderzeichen sind. Also V, Klammer auf, geht nach Klammer auf, V plus geht nach plus und so weiter. Aber ich hoffe, mit den Farben wird es ein bisschen besser verständlich. Wenn ich den Algorithmus ganz blind anwende, dann werde ich auch zusätzliche Ausdrücke oder Variablen für x, y und z hier einführen, die ich eigentlich auch hätte weglassen können. Und es wird Ihnen nicht zum Nachteil gereichen, wenn Sie das in einer eventuellen Prüfungssituation tun. Also die ungenutzten Hilfsregeln dürfen Sie gerne weglassen. Die anderen habe ich verwendet und zwar hier oben, indem ich das jeweilige Terminalsymbol immer durch das entsprechende Variablen-Symbol oder diese entsprechende Variable ersetzt habe in diesen beiden ersten Ausdrücken. Und ja, wie gesagt, x, y und z war einfach da nicht zu ersetzen. Deshalb habe ich das nicht gebraucht. Okay, gut. Damit habe ich den ersten Schritt ausgeführt und jetzt fehlt noch die Zerlegung dieser Ketten von wie vielen Variablen? 1, 2, 3, 4, 5 in jeden der beiden Fälle in Ketten der Länge 2, die wir mit entsprechenden Hilfssymbolen bewerkstelligen. Und das funktioniert so. Ich mache das zunächst mal für den ersten Teil, das erste Wort der Länge 5. Da verwende ich jetzt c1, c2 und c3 als Hilfssymbole. Also ich beginne mit der v-Klammer-Auf-Variable, die hier am Anfang steht. Dann kommt c1. c1 steht für den Rest. c1 wird ersetzt durch den ersten Teil des Restes, gefolgt von c2. c2 wird wieder ersetzt durch den ersten Teil des Restes, der hier noch kommt. Also ein paar Plus und dann c3. Und c3 steht dann nur noch für zwei übrige Variablen, die kann ich direkt so hinschreiben. Okay. Und im zweiten Ausdruck hier hinter s mache ich das Gleiche, nur, dass ich diesmal die neuen Variablen natürlich nicht wieder c nenne, denn die haben ja schon ihre Bedeutungswahl, jetzt nehme ich mal ein d. Also sie müssen natürlich immer neue Variablen einführen, dürfen nicht denken, weil im Algorithmus, als ich es beschrieben habe, ich c verwendet habe, dass man immer c verwendet. Das würde nicht korrekt sein. Also diese Umschreibungen sind spezifisch für das jeweilige Wort, das wir zerlegen wollen. Okay. Und die anderen Hilfsregeln bleiben erhalten, ohne die, die ich hier weggelassen habe. Okay. Und das ist dann die Grammatik in Chomsky-Normalform und das Endergebnis dieser Umformung. Und damit sind wir fertig mit dem Bilden der Normalform. Warum ist es so schön, so eine Normalform zu haben? Und was ist der Vorteil der Chomsky-Normalform? Naja, im Prinzip, dass man die Ableitung in kleine Schritte zerlegt, bei denen in jedem Schritt nur ein Bestimmungsstück, also eine Variable, durch zwei neue ersetzt wird. Das heißt, wenn Sie mal drüber nachdenken, wie die Ableitungsbäume ausgesehen haben, die wir in der vorangegangenen Vorlesung angeschaut haben schon, dann haben Sie ja dort eine Darstellung als Baum, bei der jeder Knoten eine Menge von Kindknoten haben kann. Aber wenn Sie eine Chomsky-Normalform haben, können Sie jetzt leicht sehen, dass diese Bäume immer Binärbäume werden müssen. Also die Ableitungsbäume sind im Inneren zumindest Binärbäume. Also die letzte Ebene, an der die Blätter dann stehen, da gibt es nur noch ein Kind, weil wir ja dort nur eine Variable durch ein Terminalsymbol ersetzen. Und dadurch haben Sie eine sehr reguläre Struktur. Und das ist, ja, wir wollten ja ursprünglich mal das Wortproblem lösen, dazu kommen wir auch noch. Dann durch so eine reguläre Struktur kann man besser systematisch nach Ableitungen suchen, die ein bestimmtes Wort erzeugen. Und das ist ja letztlich das, was man machen muss, wenn man ein Wortproblem lösen möchte. Man kann auch sich überlegen, wie groß diese Bäume werden oder wie sie genau aussehen. Also wenn ein Wort der Länge, Länge von Wort erzeugt wird, dann muss ich dafür genau Länge von Wort viele Regeln anwenden, die ein Terminalsymbol einführen. Ja, für jedes Symbol muss ich eine solche Regel anwenden. Genau. Und das heißt, in der vorletzten Ebene des Baumes gibt es genau Länge von Wort viele Variablen. Und daher können wir uns überlegen, wie tief dieser Baum sein muss, wenn er ein vollständiger Binärbaum sein muss. oder wie viele Regelanwendungen es darüber geben muss. Denn jede Anwendung einer solchen inneren Regel, einer solcher Regel, die zwei Variablen erzeugt, erhöht ja letztlich die Anzahl der am Ende verfügbaren Variablen auf der untersten Ebene um 1. Also Sie ersetzen jeweils eine Variable durch 2, das heißt, Sie haben plus 1 gerechnet. Und am Anfang hatten Sie ein Startsymbol, da hatten Sie also schon eine Variable da, ein Zeichen war gesetzt. Und Sie müssen jetzt noch so oft eine solche Regel anwenden, wie man noch Symbole braucht. Das heißt, am Ende müsste für ein Wort der Länge Länge von W genau Länge von W minus 1 oft eine solche Regel angewendet werden. Das muss immer so sein. Also wenn Sie das Wort irgendwie erzeugen wollen, dann brauchen Sie genau so viele Regelanwendungen von dieser Art und genau so viele Regelanwendungen der anderen Art. Das heißt, Sie wissen genau, wie groß der Ableitungsbaum letztlich sein muss. Also das heißt, wenn ein Wort W in der Sprache einer kontextfreien Grammatik liegt, die in Chomsky-Normalform gegeben ist, dann hat jede Ableitung für W genau zweimal W Länge von W minus 1 Ableitungsschritt. Und hier steht jede Ableitung für W. Natürlich könnte es sein, dass es mehr als eine gibt. Das ist in den Beispielen, die ich gegeben habe, nicht immer so gewesen. Aber es ist im Prinzip denkbar, dass es viele Ableitungen gibt für das gleiche Wort, aber sie müssen alle gleich groß sein. Okay. Gut. Und auch das wird uns in gewisser Weise helfen, indirekt diese Art von Regularität in der Struktur der Ableitung. Okay. Was haben wir also gelernt? Jede Typ-2-Grammatik kann äquivalent durch eine Grammatik in Chomsky-Normalform dargestellt werden, wenn man das eventuell vorhandene leere Wort dabei ignoriert oder Ausklammer zur Seite legt und sich für später merkt. Und damit wollen wir dann weitergehen und einen Algorithmus uns anschauen für das Wortproblem von kontextfreien Sprachen oder Grammatiken im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020